Zum Arsenal. Oh, also los. Zum Arsenal, okay. Hast du das gesehen, dass ich das ausgewählt habe? Oder hast du das auch gemacht? Das kann bei mir auch. Scheinbar muss ich das für uns beide auswählen. Hm, ist ja doof. Wir haben aber immer noch nicht mehr Geld. Nö, ich bin immer noch bei Null. Warten auf Partner. Ja, von uns beiden ist jetzt Alpha und Bravo eigentlich. Alpha oder Bravo oder 1 und 2 oder Hans und Jürgen. Hans und Jürgen. Du bist Knut, Inge, das steht schon mal fest. Dann bist du dämlich. Und dann drei Namen. Ja, dann also so. Von und zu dämlich. Von und zu. So viel Zeit muss sein. Emily Rios. Die kenne ich. Mit der war ich gestern aus. Glaube ich denn nicht. Mit dem warst du gestern aus. Nein, unwahrscheinlich. Aber das mit den Deckungssystemen finde ich ganz cool. Wo du hinguckst, dass du denn bloß X-Rücken brauchst und der automatisch da hin rennt. Ja. Rios, Alpha auf Position. Bravo auf Position. Gut. Wie sieht's aus? Zwei Wochen. Bewaffnet, aber müde. Angriffserlaubnis. Wir brauchen keine Angriffserlaubnis. Greif einfach an. Der Junge gefällt mir. Immer mit der Ruhe. Ha, ich hab die schöne Angriffserlaubnis. Ja, Angriffserlaubnis. Das ist unsere erste TWO-Mission. Bist du übergeschnappt? Nee, Mann. Ich will bloß, dass du ein bisschen lockerer wirst. Los, Herr Seller. Deine kühlende Maske blinkt, aber nicht unbedingt in der Sonne wahr. Nee, ach. Das war überhaupt nur gewacht. Nee, komm schon. Lassen wir uns umholzen. Gut gemacht, Kinder. Los, wir gehen hier lang. So, ähm, ja. Nicht stehen bleiben. Wieso hast du den, den Vortritt gelassen? Das war der Plan. Sie wird ein bisschen Krach zu uns locken, damit Rios und Salem zuschlagen können. Ach, ja. Ich komm schon. Aber was du mir das nicht gesagt hast, weil's dir nicht gefallen hätte. Na, okay. Unsere erste Mission, du kennst mich schon genau. Hier gibt's Melonen oder ähnliches. Wachen ausschalten. Wollen wir sie erschießen oder wollen wir versuchen, sie, ähm... Äh, du weißt schon. Nee, erschießen wäre besser. Weil die gucken sich gegenseitig an. Ich boxe nur. Er schiebt den anderen. Also gut. Los geht's. Die Luft ist rein. Klingt doch ganz einfach. Wir wissen, dass die Tochter des Kunden hier ist. Ja. Das erste Mal. Das andere wird geschossen. Okay. Ja. Oh, ich will, ich will wie bei Dead Space drauf rumtreten. Ich bin verschlägen, na. Treffpunkt auf der anderen Seite. Okay. Äh. Wir müssen da lang. Ja. Ich überlege, ob ich den seinen AK oder meine M4 nehme. Ich hab eine AK. Das hilft mir jetzt aber auch nicht. Ich behalte meine M4. Dieses Tor müssen wir anheben. Oh, Overkill. Wer hat denn das aktiviert? Oh, der falsche Knopf. Ja, ich hab's schon in den Luft gespielt. Ist das für dich eine neue Info? Rote Fässer, explodieren. Genau, Rote Fässer, explodieren immer. Ihr seid keine Gamer, oder? Tja, so laufen unsere unauffälligen Einsätze eigentlich immer. Dieser Einsatz ist sogar einer unserer unauffälligsten. Stimmt, immerhin sind noch keine Helis da. Was? Oh. Oh, das war knapp. Hedgehardt. Jawohl, Mann. Ich brauch an der rechten Flanke lang. Ist das du da draußen? Nee. Oder doch, ich hab die falsche Taste gedrückt. Oha. So ein Typ bleibt nicht viel übrig, wenn man da mit dem Stammel da drauf schickt. Oh. Nahkampf, Koopkill. Ah, das in Deckung? Das gefällt mir irgendwie. Oh. Du könntest die Gegend zersetzen. Mit explosionen, die fallen in Stücke. Kann man die auch was abschießen? Schade. Also AKs gibt's hier genug. Ja. Äh, wo soll man denn hin? Äh... Wie aktiviere ich nochmal die Helmkamera? Mit Select. Select. Das ist ja witzig. In dieser Tür. Äh, aber wie kommen wir da drüber? Geh mal weg da. Nee, das hat nix gebracht. Swan-Versuch wert. Ja, ich hab noch den. Lass uns doch einfach mal ins Review und Helm gehen. Okay. Hm, die laufen ja auch nur durch rum. Hm. Vielleicht können wir, komm mal her, vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Ich bin auf dem Weg. Äh, nee. Ja, naja. Gebiet säubern. Und dann dahin. Vielleicht lebt noch einer. Nee, hier kommt man nicht lang. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen... Ah, hier lebt noch einer. Oh. So schnell konnte ich nicht. Wo soll ich denn? Hab ich ihn gekillt? Ich glaub ich hab ihn gekillt. Ah, Glück ab. Der Schrei kam aus dieser Richtung. Ich bin mir nicht sicher, Sir. Wir sollten uns trennen. Und dann weitersuchen. Hast du das gehört, Rios? Der meint, er hätte hier was zu sagen. Hast du ne bessere Idee? Aber wie soll ich auf jeden Fall eine ARK anhand? Und Salem und ich nehmen das Tor. Verstanden. Hast du einen aufgenommen? Eigentlich nicht. Also ich... Nö, ist egal. Ich hab meine Special ARK noch in der Hand. Ist egal. Jetzt muss uns ein Tor. Wir müssen das Tor anheben. Schon wieder? Bisschen wie bei God of War hier. Scheiße, sie aus! Ach. Ah, bei roten Fässern würde man nicht Deckung nehmen. Oh, der kommt zu dir. Warte, ich muss nachladen. Gut, hast du. Noch kein Anfänger. Aber ich scheinbar. Hab mal ein Kill. Den Punkt dann. Nee. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Hehe. Ich hab mir ins Bein geschossen. Den hat er vorgeguckt. Noch. Ich bin auf der linken Flanke. Ja, und du lässt hier der Helfsmüller Leute aus. Echt? Die waren vorhin noch nicht da. Ja, das glaubst du auch nicht. Die bewegen sich. So. Äh. Gut, das war's. Nein, schon wieder. Kann man das abschalten? Nochmal. Mach ich. Ah, jetzt geht's. Ist ein bisschen doof. R2 bin ich für Sprinten gewohnt irgendwie. Ja, das ist jetzt auf Knopfbrücken. Wir haben vorher zu viel Dead Space bespielt. Warte mal, kann man das ändern? Hoch, falsche Taste. Das wird noch öfter passieren, leider. Ja, wir haben ja auch. Ach, jetzt wollte ich schon wieder. Hab ich schon wieder für R2 zum Rennen getrieben. Ich bin eh mal. Ähm. Zum nächsten Gebiet vorholen. Bitte warten. Oh, es gibt jede Menge Kohlen. Seltener Stufen aufstehen. Freigeschaltet. Freigeschaltet. Fx 05. Rot. Und Rot. Ja. Doppelkill. Ja, langer. Haben wir leider nicht gemacht. Überraschung. 200. Falle. 300. Äh. Ja. Schon klar. Acht Stück hab ich freigeschaltet. Was, 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 was? Ich hab acht Sachen freigeschaltet. Was siehst du denn das? Äh, unter der Leiste gibt's unten da so Freischaltungen und dann zwei Zahlen in Klammern. Ich hab acht von acht freigeschaltet. Äh. Bist du, hast schon mit X weitergedrückt? Nee, noch nicht. Du bist noch auf den ersten. Ja. Ach hier. Lockvogel. Flankieren. Falle. Überraschung. Tech-Team haben wir da. Wo steht das jetzt? Äh, Moment. Freischaltung eins von acht. Zwei von acht. Ich hab drei von acht. Klapperschlange. Ja. Doppel. Was auch immer das alles bedeutet. Das sind Mods für Klappen. Und für deinen Helmvisier. Kämpfer. Ja, ich hab auch acht von acht. Ja. Kombo-Gesamt. 450. Hab ich auch. Schwierigkeitsbono 627. Ich hab Blockvogel, Flankieren, Falle, Überraschung. Was für ein Schwierigkeitsgrad spielen wir denn jetzt eigentlich gerade? Hast du hoffentlich nicht auf einfach geschaltet. Wenn du dich erinnerst, mussten wir neu starten. Ah. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ob er den Schwierigkeitsgrad sich gemerkt hat. Position 59.076 sind wir. Ja, ist ja geil. Ja, 73. Bei mir. Ja, weiter. Ne, ne, zum Arsenal. Ja. Jetzt hab ich genug Geld, um mir ein Scharfschützengewehr zu kaufen. Ich kann mein Sturmgewehr verbessern. Uh. Was klappert denn da bei dir im Hintergrund? Hier klappert gar nichts. Ich hab's gerade umgesetzt. Äh. Waffen und Ausrüstung. Hm. Scharfschütze. Oh, Schusstest. Hä? Das ist aber nicht das Scharfschützengewehr. Ah. Kann man auch irgendwie ranzoomen? Luft anhalten geht? Das ist Karabiner, leider. Ähm. Man kann aber den Zoom leider nicht verstellen. Du musst hier noch, ähm, Scharfschützenaufsätze kaufen. Wie, wie mach ich das? Wo mach ich das? Wenn du die Waffe nimmst, bei der Waffenauswahl, dann kannst du mit Auswahl und dann kannst du noch einzelne Upgrade... Aha, hier. Schaft-Visier. Standard-Visier. Oh. Für das andere Distanz-Visier brauche ich Rang 4. Magazin? Ach, verdammt. 3.500. Sprengmunition. Boah, Rang 9. Sprengmunition. Mit Schalldämpfer. Ach, ich brauche noch ein bisschen Rang und ein paar Gohlen. Aber ich habe jetzt schon mal ein geiles Scharfschützengewehr. Hihi. Zur Mission. Bist du bereit? Noch nicht. Bye.